um die anderen können nicht das ist auch nicht ich vor allem eine Eisenbahn Juli hast du da irgendwo du hast keinen Federfall oder wir haben doch bestimmt so viel er hat noch ein Bild auf Letzter Neues biet die Dm 1 Prozent ein Knie ist oder machen möchte sie aber so ich machen wir es machen wie macht man noch mal Blätter ich sag's dir wenn wir schlafen gehen okay mit zu groß ja ich hab's man hat mein Schoko zu nicht ja meine Sachen sind alle da unten aber mal schon auf die Sorge und so sind die genau da wo du gestorben bist Alina was mich runtergekriegt Juli Juli ich mach noch ein paar okay er ist vorne wo dein Wett ist wo ich stehe hier oben ist es sein ich hab die Pläne Juli du kriegst gleich keine Luft mehr lol was ist das da Alina ich hab jetzt nicht mehr gedeckt das was ich brauche bauen hast du warum baust du das bring ich doch um weil ich das weil mir das weil ich mein Zeug wieder weg weil ich das gerne von zur Insel haben möchte dann 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 Alter das Sicherheitssystem nein du hast da oben noch Wasser nein doch auf der anderen Seite von der Brücke ist Wasser echt? ja du hast es nicht gewusst na ja nimm einfach das Wasser von unserem Feld ja jawoll genau so guck mal das Zeug wächst hier voll gut das Zuckerro jawoll Juli brauchen wir Effizienz ja ja hab ich schon auf meiner Dings Spitzhäcke und ich hab Haltbarkeit und so Zeug echt geil das müssen wir auch noch drauf machen und was so Affinität oder was ist das überhaupt ja damit kannst du unter Wasser länger atmen ja genau das brauche ich für meinen Helm nein 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 ne du kannst damit schneller arbeiten unter Wasser ja ach alter nein und wie oft hast ich das gemacht Topa mal Alter ich kann mir nicht höher pfuh pfuh macht ja Spaß gell mhm Juli gell hättch was gesagt ich hätt dir auch helfen können nein 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 ne ich weiß schon ich seh halt hier unten nichts warm ich bin jetzt höher ja hättch was gesagt das ist das einzigste Problem ich klatsch da jetzt mal alles rein was ich ja komm immer höher das ist scheiß dass man so kurz atmen kann nein Gott sei Dank man muss es doch irgendwie Mod geben dass man mal unter Wasser besser sehen kann jetzt will ich nämlich ich bin grad unten angekommen für dich wieder schaden Juli es heißt Nachtsichtbank dazu aus dem Halbzimmer recht ja das schon aber das kann ich an mir jetzt nicht cheaten nein nicht kann man sich das nicht bauen doch schon ja ich baue mir Trank ja mein Gott ja ist echt so wichtig wir haben einen Bildungsauftrag ich wollte nur wissen ob es geht wer ist ein Bild ja Alter das ist wichtig akzeptiere es ich bin ich nie bestimmt Alper 3 3 Loller scheißen ja Juli wenn wir es so weiterbrennen dann haben wir bald keine Kohlen mehr so muss das sein Aldi hat mindestens so viel Kohle wie wir mindestens ich bin oben jetzt bist du fällig haha geil stirb 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 nein nein wird man gleich verreckt Lukas stirb nein ja 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 ach siehst du da schon wieder stirb 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 geht doch halt diesmal da runter hier runter mit dir oh man wir können es noch ein paar mal machen ich ach schon wieder tot ich baue mal dein Bett ab damit du dich herporten musst hä und jetzt steh ich nicht mehr auf oder hey du warst da grad ach jetzt geh die mal rein und raus ja stirb das war blöd du hast nämlich keine das war blöd du hast kein Bett mehr hier das war blöd du hast kein Bett mehr hier den liebten die stelle wird schiebt nicht an sie geht um ich könnte werden das sagen alle die zu nutzen ja alle sind immer mehr auf 5000 blöcke laufen seit es sei jetzt wird wir töten uns aber nicht weil wir nicht so dumm der weil wir nicht so genau an die da wird sich nicht so blöd ja dann aber tun warum sollte wir haben wir haben zwar am anfang gesagt dass wir uns gegenseitig nicht töten aber die zwei jahre die töten sich immer ich habe nicht angefangen ich bin unschuldig ja ja ich lass es nicht es steht ja freier wieder hochzukommen hey wir haben mich daran weggeschlagen alter die schutzfahrt gecheatet alter weh vorher gab es wir er teleportiert mit eigenen Rechten Juli du cheater ich habe nicht gecheatet und jetzt gammelst du da unten im Wasser rum finde ich gut mach ich war es macht schon nur der Weg zu stein damit kann sich hochbauen ob er das sicherste Sicherheitssystem immer noch ich mach da mal ein paar Leitern hin so ich kommst da nicht mehr raus ich muss mich da eh hochbauen den Torschlag habe ich auch noch hä warum denn weil dann weil man da nicht mehr weil man da nicht laufen soll hä wie das ist nicht zum laufen ist zum fliegen hä lol was machst du denn du jetzt lass dich überraschen das fragt sich jeder oh 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 tot oh oh radina ich leg deine Sachen in die Truhe irgendeine irgendeine die leer ist ich seh nix tot danke ah da muss man immer noch willst du es trockenlegen ja das muss trocken sein ja dann lass mich das doch machen hast du das Ding nicht draufgeklatscht was das ist doch nicht mehr denn du musst nicht nach vorne drücken ich habe hinter dir einen Block platziert ah ok Team Arbeit ey ich bin der alleinige Herrscher ich hab voll die geile Idee wie ich dich will kommen heißt na hallo ja mach einfach mal weiter die ist echt voll genial die muss da rein die muss da rein die muss da rein oh sorry ich hab's so pen fär' denn aus ist auch gut was hey wo ist denn ähm Werkzeug ey da ist Alina nein nicht töte mich bitte nicht ja Alter fick dich sehr geil ja danke Janis Janis die muss jetzt ganz weit laufen die teilt sich doch eh wieder ich hab keine Rechte wie der wie auf der Nacht lol wie ich die dann hergekommen ja Juli ich bin zu euch gerannt ihr seid nicht gerade weit weg von mir von uns ja dann bleibe einfach weg oder du kriegst Nummer eins auch stimmt du hast du überlebt ich darf ja noch nicht mal gucken nein nein bei dem muss man echt sagen dass das Prozent und wenn du kommst dann knall dich mit meinem Bogen aus so einer Entfernung dann hast du ja ich schreibe ich hab' weg boom boom oh das war ja jetzt zum Versteck ups können dich jetzt bitte wieder zu dem ich glaub die will mich nur unterschlagen nein lass dich nicht beeinflussen du bist stärker wow Lukas wie wär's wenn du das nächste Mal ihr Bett abbauscht hab ich doch ach stell das da hin dich doch lang dich doch scheiße dich echt assi hey ich war nicht zuhörst du wo du das angestellt hast dann stellst du einfach wieder hin es steht das seit einer halben Stunde der Alter guck die macht schon wieder weiter das ist nur Rache ja dann geht's aber immer so weiter ganz ehrlich ja und ich bin jetzt wieder am spawn dann warum hast du nicht geschlafen dann warum hast du nicht geschlafen weil es hat ja nicht